Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Totgesagte leben länger, das trifft auf die Baureihe 472 zu. Am 4. März war eigentlich die Abschiedsfahrt gewesen, doch heute... Welchen Datum haben wir heute? Ich glaub den 14. März? Ja kommt hin, ist eine Einheit auf der Linie S3 zur Zeit unterwegs und diese werde ich einen kurzen Besuch abstatten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich bin jetzt in den Zug der Baureihe 472 drinne und mit der fahre ich jetzt bis Elkoststraße. So, ich bin jetzt in den Zug, ich bin jetzt in den Zug. Nächste Station, Elkoststraße. Unsere Zugfahrt Ende kommt. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Restbahnbahnhof Sanchez, bis zum nächsten Mal. Nächste Station, Elkoststraße. Bis gleich, Tim Lings Bay. All change, please. All change, man. All change, man. So, ich bin jetzt in Elbkaustraße angekommen und jetzt gucke ich mal, ob der Zug wieder zurück nach Neugraben fährt oder ob der hier schon Feierabend gemacht hat. Ich hoffe mal, dass er noch eine Runde nach Neugraben dreht. So, ich glaube die Chancen auf eine 4,72 nach Neugraben stehen wirklich sehr gut. Denn ich habe gerade gesehen, dass hier eine Menge Trainspotter sind und das heißt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sollte die 4,72 noch eine Fahrt nach Neugraben machen. So, in sechs Minuten sollte die S3 nach Neugraben kommen und die sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer 4,72 gestückt sein. Mal schauen, ob es der Fall sein wird. So, die beste Baureihe der S-Bahn Hamburg fährt ein. So, ich bin jetzt wieder in der Baureihe 4,72 drin. Und mit der fahre ich nach Neugraben. So, ich bin jetzt hier in der Baureihe der S-Bahn. So, ich bin jetzt jetzt wieder in auf ganz Neugraben. Tumpe, die f Kellig ist der Brand der S-Bahn vor. Okay, please. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020